So und damit seid gegrüßt mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderln zu M9 Part Super Mario Party mit dem Zwergen Fürst. Ja, Bowsers Schergen sind unterwegs im Party Plaza. Ja, so sieht's aus. Und heute werden wir hier mal Minispiele anspielen. Ein Modus für Puristen. Hier stehen Minispiele im Mittelpunkt. Ja, auf geht's. Ich spiele Knochen Trocken. Den hier. Hier ist der Hammerbruder. Da ist Kopa und natürlich auch Dumba. Ja, unsere vier Kumpanen hier. Alles Schergen von Bowser. Auf geht's. Minispiele. Wenn du von Minispielen gar nicht genug bekommst, bist du hier genau richtig. Ich probiere aus, welche der fliehenden Arten von Minispielen dir am besten gefällt. Okay. Freie Wahl von Minispielen. Mario Ton. Da haben wir den Kampf ums Quadrat. Da haben wir Rekorde. Rekorde. Und Rekorde aus den Minispielen werden hier auch Marioton-Plationen. Ah, okay. Das sind die Ice Gongs, sozusagen. Okay. Die drei Auswahlmöglichkeiten haben wir. Einfach frei drauf los spielen und uns welche aussuchen. Den Marioton spielen oder den Kampf ums Quadrat. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Marioton an. Ja, dann können wir doch gucken, wie wir weitermachen. Tritt in fünf Minispielen direkt hintereinander an. Da ist durchgehend viel Konzentration gefragt. Okay, auf geht's. Holen wir uns ein paar Minispiele. Der Marioton kann beginnen gegen meine Com-Kollegin. Willkommen beim Marioton. Teile bei jedem Minispiele einen Rekord an, um eine möglichste Gesamtpunktzahl zu schaffen. Alles klar. Knochen trocken, wobei möchtest du antreten? Toad Cup. Den Toadette Cup. Die Kamik Cup. Die eigene Wahl. Okay. Den Toadette Cup. Mhm. Kamik Cup. Ich würde mal sagen, fangen wir mal ganz oben mit dem Toad Cup an. Dann und so weiter. Den Toadette Cup, Kamik Cup. Und dann suchen wir uns selbst was aus. Mal schauen. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Mit dem Toadette Cup. Muss nicht das Einfachste sein, aber ja. Und damit wollen wir anfangen. Dann fangen wir mit folgenden Minispielen an. Roll-Tunios. Wenn das so hieß. Roll-Routini-ios. Okay. Rollen. Ich weiß Bescheid. Auf geht's. Jetzt wird gerollt. Auf den Fessen. Drei. Drei. Zwei. Auf geht's. Minispiele. Der totale Minispiel-Wahnsinn. Hier am besten durch die dünne Stelle. Wo wir nicht so viel haben. Können wir ganz vorne durchstarten. Oder auch nicht. Ach so. So laufe ich vielleicht schneller. Ähm. Uh. Ich hänge ziemlich hinterher. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hier wird's schneller. Na komm. Nicht der Letzte. 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 Verdammt. Der Letzte. War ja klar. Das sieht ja eher häufig aus wie am Anfang. Gleichmäßig gepräumt. Ach okay. Fehler wird geparkt. Ah okay. Verstehe. Alles klar. Das Spiel ist mir schmerzhaft bekannt. Ist gar nicht mal so einfach. So. Jetzt wird das Fleisch gebrutzelt. Und. Auf geht's. Brutzeln wir das Fleisch. Ordentlich an. Ja. Von der einen Seite ist es schon sehr gut. Okay. Na. Oh daneben. Verdammt. Jetzt gibt's ein neues. Ach du Schande. Oh Mann. Ich bin jetzt oben links. Ich hätte es wissen sollen. Und hopps. Und hopps. Der eine ist schon fertig. Noch eine Seite. Okay. Die Seite hier. Nice. Als Letzter habe ich es geschafft. Na ja. Aber ich habe es geschafft. Immerhin. Ich bin Vierter. Oh Mann. Ah okay. Einfach nur bewegen. Verstehe. Wie schaffe ich es diesmal mal besser. Na komm. Man kann nicht immer Vierter sein. Na komm. aber als erster mal ankommen ein Goomba wenn ich auf der Seite na ok, ich bin auf der Safe-Seite jo ist ja klar, dass das wieder die schwere Seite sein muss na noch wir zwei im Rennen huuha Kopa ich werde die Spiele nicht verlieren ja, ich bin der Letzte ich muss jetzt noch lang genug überstehen huuha jetzt habe ich kurz angehalten das war ein Mist au 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 durchhalten lange habe ich durchgehalten da ging es nicht mehr jo bin ich endlich mal erster jo nice es hat ordentlich Punkte gebracht dreirad derby ok das ist ja nur cool als zu steuern ne ulti hier verstehe wie das Pedal 3 3 2 1 0 Und los 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 na komm na komm na komm na komm na komm prawda alle kommen nicht der letzte ja immer noch erster das ist die Hauptsache das letzte spielt weil ich da durchgehalten habe hat es mir viel gebracht ah ok bewegen und ausweichen das kann ich Das krieg ich hin, na schon. Knochen trockener unbedingt, aber nicht mehr lange. So, ausweichen. Hopps, einer ist schon aus dem Rand. Nein, noch nicht aus dem Rand. Also gut wie, huha. Ich wurde noch nicht getroffen, sagte er. Ah verdammt. Ich bin nicht rausgehielt geworden. Ja, alle Minispiele sind abgeschlossen. Kommen wir nun zu den Gewinnern. Ok, hoffentlich ich. Na, ich bin nicht rausgehielt. Vierter, dritter, zweiter, erster. Nice. Habe ich es doch noch gerockt. Ich habe jetzt ziemlich lange überlegt bei dem... einem Minispiel. Nice. So muss das sein. Ja, bei den anderen eher schlecht, aber... Hm, ja. Ein paar Partyspunkte. Ach, habe ich jetzt noch mal? Ich bin gespielt. Ja, von mir aus. Willkommen bei Marioton. Peine bei jedem Minispiel ein Rekord an, um eine mögliche Übersamtpunktzahl zu schaffen. So. Dann mal den Todesklapp. Aber warum nicht? Los geht's. Dann fangen wir mit folgendem Minispiele an. Pflanzenpflegepumper. Okay. Auf geht's. Die Todesreie. Aha, 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 aha. Perf dir. Nennen. Ach, die Fernseh dort hinten müssen wir übergießen. Und wir haben höchsten Punkt. Na komm. Wer als erstes da ist. Das sieht gut aus für mich. Wenn er ist. Achso, müssen wir weitergießen oder was? Nee, müssen wir nicht. Nur einmalig. Hm, zu Gumbas verpackt. Der hüpft da oben auf dem Ding drauf. Cool. Und erster. Aber ein Stückchen vorne. So ziemlich der Erste. Na dann. Ohne Mais kein Preis. Ah, okay. Das Popcorn einfangen. Versteher. 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 Watzer. Das Popcorn riecht aus. Aber ist auch ein bisschen Lava mit dabei. Ja. Knochen trocken werden schon los. An anderem bleiben wir erstmal stehen. Na. Ah verdammt. Da hab ich kassiert's. Das hat erst zwei Stück. Gibt's doch nicht. Gumbas hat schon vier. Na komm. Drittes. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Na komm. Popcorn sammeln, Popcorn sammeln, Popcorn sammeln, Popcorn sammeln. Ende. Gumbas hat neun. Ja gut. Ich bin aber immer noch erster. Okay. Fischfütterung. Aufgabe Welle in die offenen Münder werfen. Okay. Versteher. Ach so macht man das hier. Bin aber gar nicht mit dabei. Ach so doch. Da bin ich. Äh ja. Wird schon an die Schiff gehen. Okay. Mach ich doch. Controller. Ach so L und R. Äh. Okay. Mach ich doch. Ach so geht's. Ach so geht's. Jetzt erst die Spielsteuerung. Kapiert. Ich muss aufholen. 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 Okay. 15, 15, 14, 9. Ah nice. Habe ich es doch noch geschafft. Und kann erster bleiben. Sehr gut. Verpflegste Fuzzies. Okay. Bewegen. Ah okay. Nice. Ich bin der Roter. Start. Okay. Den Fuzzies auskommen. Ausweichen. Hu. Entkommen. Ausweichen. Oh wei. Ah verdammt. Da hat mich der erste getroffen. Die verdammten Fuzzies. Oha. Wiesenfuzzies. Ich bin noch am Rennen. Nicht mehr lange. Aber noch bin ich am Rennen. Oh. Da bin ich noch am Rennen. Und ich bin der letzte soweit ich hier. Oha. Jetzt ein Rekord aufstellen. Soweit wie möglich kommen. Oh. Okay. Ich trudel aber ich bin noch drin. Das nächste. Und weiter. Das nächste. Ah verdammt. Sehr weit geschafft. Sehr gut. Und auf Ruhebar. Bonbon Glas Balance. Okay. Ah. Da muss rausgeschüttelt werden. Fahr, stehe. Das ist lustig. Na komm. Heh. Bonbon Party. Wer kriegt die meisten Süßigkeiten? Start. Na komm. Rausgeschüttelt. Okay. Das mag bei mir nicht so richtig gehen. Na komm. Na. Raus mit euch. Raus mit euch, ihr Bonbons. Na komm. Hab fast alle. Weiß. Erster. Ich weiß halt, wie das geht. An Süßigkeiten heranzukommen. Ja. Man sieht's. Haha. Man sieht's an mir. Na komm. Na komm. Das ist doch nicht so schwer. Okay. Mein Bruder ist fertig. Koopa ist auch fertig. Goomba. Jetzt auch. Oh. Die Endentscheidung ist schon. Alle Mängelspiele sind abgeschlossen. Kommen wir nun zu den Gewinnern. Na dann. Wie gesagt an. 4. 3. 2. Und 1. Nice. Die nächste Runde gewonnen. Glückwunsch. Hervorragend. So. Da hab ich doch wieder. Hab ich schon besser abgeschlossen. Sehr gut. Da werde ich immer besser. Ja. Ich würde mal zurück. Können wir ja nochmal neu starten. Ja. Okay. Hier gibt's keinen Party-Stern drauf. Das wollte ich nur wissen. Dann spielen wir noch. Können wir noch. Ich glaube ja. Runde. Marioton. Und wir spielen die dritte. Runde. Den Comic Cup. Den will ich noch. Also. Los. Dann fangen wir mit folgendem Spiel an. Tuckling Trauma. Okay. Ach. Das hatten wir doch schon. Okay. Auf geht's. Da wiederholt sich's aber. Na. Na komm. Da kriegen wir das Gewacken. Entkommen. Wir lassen uns nicht teckeln. Tecling Trauma heißt das. Na. Gut. Holla. Das war knapp. Und da sind einige schon aus dem Spiel. Ich wurde einmal getroffen. Ah verdammt. Halt aus. Oha. Puh. Das waren viele auf einmal. Aber ich bin schon erster. Ja. Das fing mir gut an. Verfixte Fuzzis. Mal. Kamikssache wiederholt sich. Hm. Toilette Cup. Hm. Das wäre ja lustig wenn wir jetzt in Toilette Cup sind. Und die Sachen normal spielen. Was mich nicht mehr verflickt. Das würde einiges erklären. Ja. Gut. Ähm. Wenn das nächste Spiel wieder bekannt vorkommt. Dann müsste ich mir doch immer Gedanken machen. Aber gut. Können wir hier mal ein paar Highscores aufstellen. Wir sind noch der Letzte. Ah. Ok. Das war kein Highscore. Neuer Rekord. Ohne mehr ist kein Preis. Das ist Cup. Hm. Können wir irgendwie zurück ins Menü. Oder. Ok. Aufnahmen würde ich jetzt nicht machen. Alles klar. Ähm. Ja. Komm mir aus. Den Toilette Cup halt nochmal. Ja. Sorry. Ich hab mich verklickt. Bin halt zweimal hintereinander in Toilette Cup. Können wir es nochmal beweisen. Können wir unseren Titel verteidigen. Ja. Sorry. Nein. Nein. Habe ich mich ein bisschen verkickt. Kommt vor. Ich hab immer noch einen. Die anderen. 9, 8. Ach verdammt. Verkacktes. Popcorn. Haben wir den Popcorn. Nein. Null. Was ist denn das? Ach du Schande. Ich bin immer noch erster. Erster. Im Boxball. Bataillon. Oder ist das jetzt etwa der Kamek. Der Kamek. Laufzeilen. Aber das kam glaube ich zum Tod. Die Nächsten. Die Nächsten. Kommt jetzt an nochmal dran. Oder was. Hm. Na mal sehen. Habe ich doch richtig gedrückt. Hm. Na komm. Ich kann das. Ich hab das schon mal überlebt. Oh. Hier wieder die Hindernisse gewählt. Ich sollte glaube ich allgemein mal versuchen die. Ohne Hindernisse zu nehmen. Das wäre glaube ich besser. Ach. Verdammt. Schon wieder. Ich glaube das behindert ein bisschen. Das ist ein bisschen besser wenn man nicht die Hindernisse hat. Ach. Aber ich war der längste. Ähm ja. Der am nächsten ausgehalten hat. Nice. Okay. Als nächstes Fahrzeichen. Fahrzeichen. Okay. Ja. Rolleroutine. Rolleroutine. Ja. 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 nicht so langsam diesmal knochen trocken na komm vorwärts mit dir die anderen sind irgendwie ziemlich schnell na vorwärts 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 na komm du hängst immer noch hinterher na komm woran liegt es denn woran liegt es denn da hängt es fest da hängt es fest die hinterletzte hinterletzte ach verdammt ich kann das eigentlich nicht hab ich nicht ganz kapiert na komm die gewinner na komm nicht so schlecht vierter dritter zweiter erster trotzdem noch erster platz nice so muss das sein und gewonnen ja so schauts aus sehr gut noch ein paar party punkte so muss es sein na dann zurück zum party plaza haben wir heute den marioton ein bisschen gespielt ein bisschen gespielt na dann würde ich mal sagen Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben lasst ein abode wenn ihr auf meinem kanal seid und ihr habt ein weiteres video mal in dem ihr euch verpassen wollt habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen tag habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen tag man sieht sich im nächsten part von super mario party wieder oder im nächsten video auf meinem kanal bis dahin habt dann eine angenehme fürstliche zeit man sieht sich haut rein und ciao ciao mal da d d Untertitelung des ZDF, 2020